Moment mal, was ist denn hier los? Was kommt denn... Ach, du Leven, du Abgekehrer. Gestatten. Mein Name ist Bond. Euro-Bond. Aber bist du eigentlich größt und wahnsinnig, dieses Thema anzusprechen? Guck mal, die Frau hier vorne hat schon die Farbe hier wechselt. Die kriegen doch Angst, die Leute. Ja, die können ja Angst kriegen. Ich mein, jetzt, nachdem die Frau Merkel jetzt mit aller Gewalt ihren Rettungsgedrissen da durchgeboxt hat, da werden sich die Zeiten schon ändern. Da heißt es, der Gürtel enger schnallen. Bisschen bescheidener werden. Ja, da können wir auch mal in Zukunft mit bisschen kleineren Dingen uns zufrieden geben. Ja, das gilt auch für dich. Okay. Wir zahlten den Käse in Gulden Für Champagner, ja, da brauchten wir Frank. Für Kneckebrot brauchten wir Kronen Und kaum eine Währung war krank. Für Paella, ja, da gab man Besitten Für Pizza muss Lire es sein Und wurde man um den Markt gebeten Ja, dann war man natürlich daheim Doch das ist seit Jahren ganz anders Die Marge ist durch Euro längst weg Und der Euro, der taucht in zwei Jahren Höchstens noch als Papier de Toilette Aber wenn es dann kratzt Wird's jedem gleich klar Wie hart dieser Euro mal war